Ich melde mich live vom Flughafen in Asuncion. Ich muss heute leider nach Hause fliegen. Ich wäre sehr, sehr gerne länger geblieben. Hinter mir der Flughafen. Da hinten kann man die Skyline von Asuncion sehen. Ja, und das Tolle ist, ich bin hier. Das ist eben wiederum Südamerika. Ich kann einfach hier aus dem Flughafengelände rauslaufen und kann mich hier mit meinem Rucksack so ein bisschen entspannt unter die Palme setzen, um noch ein bisschen die Sonne und die Wärme zu genießen. Im Flughafen ist es eisekalt. Im Flughafen ist sozusagen Europa, Welt. Ihr wisst, was ich meine. Ein Nicht-Ort. Da ist einfach kein Leben. Und ich kann das hier draußen noch ein bisschen genießen. Und das Schöne ist, hier kommen eben einfach nicht irgendwelche Sicherheitsleute und fragen, was machen Sie denn hier und gehen Sie mal weg und das ist doch komisch. Und das gefällt mir super. Ja, soweit von hier.